Du willst fit und schlank sein und Dich richtig wohlfühlen in Deiner Haut? Herzlich Willkommen beim Achtsam-Schlank-Podcast. Mein Name ist Nuria Pape-Hoffmann, ich bin Ernährungsberaterin, Achtsamkeitscoachin und Buchautorin und ich zeige Dir hier, wie Du mit einfachen Ernährungshacks und Achtsamkeitstraining Deinen Wohlfühlkörper bekommst. Du verdienst es, Dich in Deinem Körper richtig wohlzufühlen und zwar ganz ohne Diätstress und ohne Kalorien zählen. In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, der Titel der heutigen Folge lautet, warum so viele Menschen ihre Ziele aufgeben und wie Du ein Dranbleiber bleibst oder eine Dranbleiberin. Ja, woran liegt das eigentlich, dass manche Menschen bei Schwierigkeiten aufgeben und andere nicht und einfach immer weitermachen? Und noch viel spannender, woran liegt das, dass auch Du manchmal Deine Zweifel hast oder nicht mehr an Dich glaubst oder bei Schwierigkeiten aufgibst, obwohl Du eigentlich eine echt starke und selbstbewusste Person bist und jede Menge in Deinem Leben gebacken bekommst. Davon bin ich überzeugt. Aber ja, vielleicht gibt es so ein Thema in Deinem Leben, wo Du immer wieder an dieselbe Barriere knallst, Dir eine blutige Nase holst, hinfällst und einfach Dich fragst, okay, also wie schaffe ich es denn jetzt über dieses Hindernis hinweg? Und bei mir ist das definitiv so, dass auch ich manchmal Hindernisse habe und dass auch ich manchmal krass an mir zweifle. Da möchte ich auch ganz transparent mit Dir sein. Gerade neulich hatte ich einen kompletten Überforderungsmoment und habe echt gedacht, oh, ich erzähle Dir gleich davon. Ich erzähle Dir davon und ich erzähle Dir auch, wie ich es schaffe, aus diesem Mangeldenken herauszukommen, also wie ich aus meinem Zweifelloch herauskrabble, was mir konkret dabei hilft. Und zwar habe ich da fünf Schritte mitgebracht, die ich Dir vorstellen möchte und die ich Dir mitgebe, sodass auch Du es schaffst, Deine persönlichen Barrieren zu meistern und dass Du Deine Ziele erreichst. Und ich bin überzeugt davon, dass Du Bock hast, das Beste, Schönste aus Deinem Leben zu machen und dass Du auch Lust hast, Dich in Deinem Körper richtig wohl und zu Hause zu fühlen. Dafür stehe ich ein. Dabei möchte ich Dich gerne unterstützen, dass Du körperlich, seelisch und mental in Deiner Kraft bist. Und wenn Dich diese Folge dazu inspiriert, dann bin ich happy, dann freue ich mich, dass ich diesen Podcast aufnehme und dass Du ihn hörst. Und übrigens, schön, dass Du diesen Podcast hörst. Ich habe gerade in letzter Zeit ganz viele Zuschriften von neuen Podcast-Hörerinnen und Hörern. Es freut mich sehr. Ich weiß manchmal gar nicht, wie Ihr mich entdeckt. Schreib mir einfach gerne auch, wenn Du mich neu entdeckt hast oder hinterlass mir gerne einfach ein Feedback bei Apple Podcasts. Schreib mir, wie Du diesen Podcast entdeckt hast, warum er Dir gefällt und ich freue mich riesig darüber. Oder Du connectest Dich mit mir auf Instagram oder Facebook. Bei Instagram heiße ich nurher.achtsam-schlank und bei Facebook findest Du mich unter nurher-pape-achtsam-abnehmen-ohne-Diät. So, jetzt aber gleich zu den fünf Schritten, die Dir dabei helfen, Deine Schwierigkeiten zu überwinden, auf das Du Deine Ziele erreichst und Dir Dein Traumleben erschaffst, was auch immer das für Dich bedeutet. Davor möchte ich aber noch gerne ein Danke vorausschicken und zwar an den Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Und warum mag ich Brain Effect? Ja, wir sprechen heute über ein Mindset-Thema. Also es geht ja um die Frage, wie Du aus Deinen Zweifeln herauskommst, wie Du aus dem Grübeln herauskommst und mentale Power wiederbekommst. Und da darf ich ganz ehrlich sein, wir können hier sehr viel Mentaltraining machen. Allerdings beginnt mentale Gesundheit immer in Deinem Inneren, also in Deiner Biochemie. Nur wenn Dein Körper alle wichtigen Nährstoffe bekommt, kannst Du überhaupt erst starke Botenstoffe und Glückshormone aufbauen, sodass Du Dich eben lebendig, entspannt in Deiner Kraft fühlst und sodass Du auch, wenn Du Schwierigkeiten hast oder wenn Dir das Leben gerade mal so richtig Wind ins Gesicht pustest, Du trotzdem dran bleibst. Hier fliegt übrigens gerade ein Hubschrauber vorbei. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Also auch hier in Worms werden gerade Probleme gelöst, wie ich merke. Okay, sorry für die Ablenkung. Ich hoffe, man hat es nicht so laut gehört. Ich war bei dem Thema, dass Du gesunde Ernährung brauchst oder sogar verdienst. Ja, Du verdienst die perfekte Mischung an Nährstoffen, damit Du happy bist, damit Du stark bist, damit Du in Deiner Kraft bist. Also immer wenn ich über Mindset spreche, lass uns in Klammern setzen. Du darfst auch auf eine vollwertige Ernährung setzen. Und wenn Dir eine vollwertige Ernährung so wichtig ist wie mir und wenn Dir eine perfekte Nährstoffversorgung so wichtig ist wie mir, dann empfehle ich Dir, dass Du Dich selbst unterstützt dabei, indem Du bei Bedarf Nahrungsergänzungsmittel nimmst. Da aber bitte, bitte, bitte auf die Qualität achten. Also wirklich nur sehr gute, qualitativ reine Nahrungsergänzungsmittel nehmen und ich empfehle Dir da Brain Effect. Die machen Produkte in Deutschland, das ist alles in Deutschland zertifiziert. Alle Produkte basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien und sie verwenden natürliche Inhaltsstoffe, also vor allem bewährte pflanzliche Zutaten. Darum finde ich Brain Effect eine super Empfehlung und ich freue mich sehr, Brain Effect, dass ihr diesen Podcast unterstützt und auch alle meine Hörerinnen und Hörer unterstützt, denn ihr bekommt ein Gutscheincode von 10% für alle Produkte, auch für reduzierte Bundles von Brain Effect, indem ihr bei eurer Bestellung den Gutscheincode achtsam angebt. So, und bevor ich mit der heutigen Folge starte, noch ein kleiner Produkt-Tipp, was ist besonders wichtig für unser Gehirn und damit für unser Mindset, für unsere mentale Power? Ganz besonders wichtig für unser Gehirn sind Omega-3-Fettsäuren. Du brauchst Omega-3-Fettsäuren für starke Nerven, mal so ganz, ganz vereinfacht gesagt, ja, dein Gehirn darf gut geschmiert sein. Das darf nicht so im Trocknen liegen, das darf gut geölt sein und zwar mit den richtigen Ölen, mit den richtigen Fetten und du brauchst vor allem die essentiellen Fettsäuren DHA und EPA. Und damit du die bekommst, kannst du zum Beispiel die Omega-3-Kapseln von Brain Effect nehmen, die haben genau diese essentiellen Fettsäuren und die schmecken nicht nach Fisch, ist auch ganz wichtig. Und wenn du sagst, ich bin Veganerin oder Veganer, ist auch kein Problem, dann kannst du bei Brain Effect die Vegan-Omega-3-Kapseln dir besorgen. Die enthalten reines DHA aus Algen, auch sehr cool, ist auch gut für dein Herz und dein Hirn, enthalten auch essentielle Fettsäuren in hochkonzentrierter Form und sie sind auch noch fischfrei und geschmacksneutral und damit einfach perfekt für Veganerinnen und Veganer. Ich verlinke dir beides, die Omega-3-Kapseln und auch die veganen Omega-3-Kapseln in den Shownotes und denk an dein Gutscheincode achtsam bei deiner Bestellung. So, damit haben wir genug darüber gesprochen, dass dein Körper und vor allem in diesem Fall dein Gehirn gut versorgt werden dürfen mit guten Nährstoffen, damit du überhaupt in deine mentale Kraft kommst. Und jetzt, wo wir diese Basis haben, lass uns über dein Mindset sprechen und darüber, wie du es schaffst, so aus diesen Zweifeln herauszukommen, aus dem Grübeln herauszukommen und auch die Kraft hast, Hindernisse zu überwinden. Bevor ich dir meine fünf Schritte verrate, lass uns mal kurz klären, woher kommt das denn eigentlich, dass wir Menschen so Grübler sind oder dass wir so zweifeln oder dass wir oft diesen Impuls in uns spüren, das Handtuch zu schmeißen. Es ist einfach so, dass unser Gehirn, das Gehirn des Homo Sapiens, in einer Zeit entstanden ist, in der der Mensch großer Gefahren ausgesetzt war und um das Überleben kämpfen musste. Und letztlich überlebten jene Menschen, die ein starkes Problembewusstsein hatten und deswegen Lösungen gefunden haben. Und die konnten dann ihre Gene weitergeben und eben auch, ich sag jetzt mal, das Grübel-Gen oder Sorgenmach-Gen weitergeben. So, ich hab's jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt ausgedrückt, um das Ganze mal plastisch zu machen. Früher haben jene Menschen überlebt, die Gefahren schon in der Ferne wittern konnten. Also, es hat der Jäger oder die Jägerin überlebt, die die Steppe schon in der Ferne nach Gefahren abgescannt hat, die wirklich schon den herannahenden Feind gesehen hat. Oder der Sammler oder die Sammlerin, die neue unbekannte Beeren mal lieber am Strauch gelassen hat, mal lieber skeptisch war und sich nicht gleich alles in den Mund gesteckt hat und dann eben auch nicht an einer Vergiftung gestorben ist. Und auch im sozialen Kontext ist es ganz wichtig, sich Sorgen zu machen, Zweifel zu haben. Mag derjenige mich überhaupt? Habe ich gerade was Blödes gesagt? Vielleicht kennst du auch diese Grübeleien. Ich kenne sie. Und auch das kommt natürlich aus unserer evolutionären Entstehungsgeschichte, denn wir Menschen überleben eben in Härten. Wir müssen im Team arbeiten, um zu überleben. Und natürlich konnten auch nur jene Homo Sapiens überleben und ihr Genmaterial weitergeben, die eben sich ehrlich gesagt zu benehmen wussten und sich vielleicht auch mal ein paar Gedanken darüber gemacht haben, ob andere sie mögen oder ob sie sich vielleicht ein bisschen mehr wie ein Teamplayer verhalten könnten und, und, und. Und dieses Denken aus unserer Urzeit überträgt sich auch auf die Neuzeit. Wir Menschen haben einfach Angst, wenn wir etwas Neues wagen, ja, weil unser Gehirn denkt da sehr kategorisch. Dein Gehirn hat den Job, dein Überleben zu sichern. Punkt. Das ist nach wie vor so. Und deinem Gehirn ist es jetzt dabei nicht so wichtig, ob du dich dabei erfüllt fühlst, ob du super glücklich bist, ob du ständig sonnige Laune hast. Dein Gehirn will einfach dein Überleben sichern. Und da du gerade lebst, hat es bisher einen super Job gemacht. Und warum sollte jetzt dein Gehirn neue Dinge wagen? Warum solltest du neue Ziele anstreben? Wäre es nicht sicherer, in deiner Komfortzone zu bleiben? Doch, es wäre definitiv sicher. Und in deiner Komfortzone wirst du ganz bestimmt überleben. Also, wenn du einfach überleben willst, dann mach weiter wie bisher und verändere dich nicht. Es wird wahrscheinlich sehr gut klappen. Wenn du aber Lust hast, aufzublühen, wenn du Lust hast, dich weiterzuentwickeln, dann darfst du das einfach wissen, dass du diese Negativ-Bias hast, so wird es im Fachjargon genannt, also diese negative Verzerrung der Welt, die dazu führt, dass du eher vorsichtig bist, dass du eher zweifelst, dass du eher Ängste hast, dass du bei Gefahren, also bei Schwierigkeiten, eher aufgeben möchtest. Das ist natürlich, es liegt in deiner Natur als Mensch. Und natürlich schickt dir dein neuzeitliches Gehirn jetzt keine Todesangstgedanken. Du hast jetzt nicht Angst von einem, wie Ötzi, von einem Feind von hinten mit dem Speer oder Pfeil erschossen zu werden. Aber das Ganze läuft unbewusst in dir ab, dieses Programm. Und es läuft eben so ab, dass du Zweifel hast, dass du grübelst, dass du dir Gedanken machst, dass du dich manchmal komplett überfordert fühlst und denkst, oh, ich kann das alles nicht. Und dass du manchmal auch das Handdruck schmeißt. Und ich möchte dir heute fünf Schritte geben, wie du das Ganze überwinden kannst. Eine ganz wichtige Rolle spielt aber eine Metapher, die dir helfen wird. Ich bin dir sicher, das wird dir helfen, deine Zweifel zu überwinden und dran zu bleiben. Das Bild, das ich dir mitgebe. Und wenn du das nächste Mal an dir zweifelst und hinschmeißen möchtest, dann denke an dieses Bild, ruf es in deinem Inneren hervor und gib deinem Gehirn ruhig ein bisschen Kontra. Du bist nicht in Todesgefahr. Und dir geht es in deinem Leben nicht nur ums Überleben. Dir geht es um mehr. Dir geht es darum, dass du in deine Fülle kommst, dass du ein wunderbares, schönes Leben führst, dass du dein Potenzial entfaltest. Und ja, dann darfst du ein bisschen dein Gehirn und deinen Geist managen. Und was du letztlich brauchst, ist Mut. Ja, du brauchst deinen eigenen Zuspruch. Denn dein Gehirn hat Angst. Dein Gehirn hat Angst vor Veränderung. Darum schickt es dir diese Zweifel. Und du darfst dein Gehirn beruhigen, deinen Gedankenschrott beobachten und dir sagen, komm, ruhig, Brauner, wir gehen es an. Also, hier kommen die fünf Schritte, die mir persönlich sehr dabei helfen, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Und der erste Schritt ist, ich rechne damit, dass ich Ängste und Zweifel habe. Also, immer wenn ich ein Ziel erreichen will, dann kalkuliere ich das schon mit ein, dass es ganz selbstverständlich sein wird, dass ich dann auch Ängste und Zweifel habe. Und dass es immer diese Stimme in mir gibt, die sagt, nee, lass mal lieber. Nee, lass mal lieber. Und diese Stimme ist manchmal leise und manchmal wird die auch ganz laut und panisch und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, lass das. Und ich sage euch, wenn ich auf diese Stimme immer gehört hätte, dann gäbe es diesen Podcast nicht, dann gäbe es mein Buch Achtsam Schlank nicht und es gäbe noch viele andere Dinge nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch keine Kinder, ich wäre wahrscheinlich nicht studieren gegangen. Ach, es gäbe so viele schöne Dinge, die ich nicht getan hätte und die ich verpasst hätte. Und ich habe euch ja gesagt, gerade neulich hatte ich wieder eine totale Überforderungssituation. Das war echt interessant, weil ich hatte es schon lange nicht mehr. Und es kam wirklich dann wie so eine Flutwelle, dass ich morgens aufgewacht bin. Es war ein Montagmorgen, ich bin aufgewacht und ich dachte, das aktuelle Ziel, was ich gerade in meinem Leben habe, das schaffe ich nicht. Und ich möchte euch verraten, was mein aktuelles Ziel ist. Ich bin gerade hinter den Kulissen sehr fleißig dabei, ein Meditationsprogramm für euch zu erstellen. Und ich sage euch, es wird Bombe, es wird so toll. Es ist ein Meditationsprogramm, das dir dabei hilft, abzunehmen, dich in deinem Körper wohlzufühlen und deinen absoluten Traumkörper zu kriegen. Und das wird so gut. Gut, also ich habe es jetzt schon fertig gescriptet. Ich darf es jetzt noch einsprechen und produzieren und all das. Aber diese Meditation, das unterscheidet sich einfach von anderen Meditationsprogrammen, weil diese Meditationen ganz spezifisch darauf zugeschnitten sind, dass sie dich dabei unterstützen, deine Ernährung umzustellen, besser zu essen und dir deinen Traumkörper schenken. Und normale Meditationsprogramme haben ja eher so den Fokus Entspannung oder Stressmanagement. Und ich packe das natürlich auch mit rein. Ich weiß, es gibt hier viele Menschen, die aus emotionalen Gründen essen oder die aus Stress essen. Und natürlich bekommst du auch Meditationen, die dir bei der Entspannung helfen und die dir helfen, deine Gefühle zu meistern. Und ich schneide das Ganze eben noch auf deinen Wunsch zu, dass du deinen Traumkörper erreichst. Und ja, ich glaube, man merkt es, wenn ich jetzt gerade darüber spreche. Ich habe ein Riesenlächeln am Gesicht, weil das ist das Programm, was ich mir gerne gewünscht hätte früher, was ich gebraucht habe. Ich bin übrigens früher auch mal mit meinem Diätproblem zu einem Hypnotiseur gegangen und habe da eine Hypnosesession gemacht. Ich glaube, das hat mich damals schon vor, wie lange ist das her? Vielleicht 15 Jahre oder 20 Jahre sogar? Das hat mich damals schon 200 Euro gekostet. Und dann hatte ich da eine Stunde Session und es hat mir nichts gebracht. Und jetzt freue ich mich so und bin so glücklich, weil ich dir jetzt heute genau das Programm erstelle mit nicht nur einer Meditation, einer Hypnosesession, sondern ganz, ganz vielen perfekt auf dich zugeschnittenen Meditationen. So, ich komme ins Schwärmen. Also, ich freue mich auf jeden Fall sehr, das Programm zu machen. Aber es kam dieser Montagmorgen und ich bin aufgewacht und ich habe echt gedacht, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe noch die Kinder. Ich stehe schon immer ganz früh morgens auf. Ich habe doch auch noch meine Coachings. Ich kann das alles nicht. Ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bin auch gerade gesundheitlich angeschlagen. Und diese Stimme in mir, die mir Zweifel schickte, die wurde ganz, ganz laut. Und das Krasse und auch ein bisschen perfide an dieser Stimme ist, diese Stimme ist nicht dumm. Diese Stimme ist sehr klug. Und diese Stimme kommt immer mit sehr guten Argumenten, warum wir etwas nicht schaffen können. In meinem Fall zum Beispiel, du bist gerade gesundheitlich angeschlagen, du schaffst es nicht. Du hast die Kinder, du musst dich auch um deine Kinder kümmern. Du hast deine Coachings, die sind auch wichtig. Du machst das Ganze im Alleingang, bist du eigentlich irre. Alle anderen, die sowas machen, haben ein Team. Labarababa, bla 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 und blub. Aber die Argumente, die sind jetzt nicht dumm. Die sind nicht aus der Luft gegriffen. Und darum ist es auch so angsteinflößend, was uns diese Stimme sagt. Und wenn du gerade ein Ziel hast, das du erreichen willst, dann hast du sicherlich auch diese Zweifelgedanken. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass deine Zweifel nicht dumm sind. Diese Stimme in dir, die dich warnt, hat genau den gleichen IQ, wie du hast. Ja, also du schlägst dich da mit deinem eigenen IQ. Und wenn du einen Durchschnitts-IQ hast, hat deine Stimme einen Durchschnitts-IQ. Wenn du einen hohen IQ hast, hat deine Stimme einen hohen IQ. Also du schlägst dich quasi mit deiner eigenen Intelligenz. Und das macht es so gefährlich. Und das darfst du einfach wissen. Erwarte, dass was immer du erreichen möchtest, du Ängste und Zweifel hast. Und dass du diese kleine, innere Sabotage-Stimme in dir hast. Stell dich einfach von Anfang an drauf ein. Der zweite Schritt ist, habe Mitgefühl und Verständnis mit dir. Und mit Mitgefühl und Verständnis meine ich jetzt nicht, dass du in Selbstmitleid verfällst, nur nach dem Motto, oh mein Gott, es stimmt, ich bin eine Mutter, ich habe auch noch zwei Kinder, ich kann das wirklich nicht. Oder, oh mein Gott, ja, ich bin angeschlagen. Ich sollte mich jetzt in mein Bett legen und auch diesen Podcast nicht machen. Ich sollte mich schonen, schonen, schonen. Also jetzt nichts gegen schonen und nichts gegen alle Mütter, die ein bisschen auf sich achten dürfen. Ja, dürfen wir, Ladies, dann passen wir auf uns auf. Aber ich kenne mich doch. Komm, ich würde nicht aufblühen unter der Decke. Wenn ich mich jetzt hier unter das Sofa mümmel und drei Staffeln Netflix binge-watche, dann werde ich dadurch nicht glücklicher werden. Und ja, ich will eine gute Mutter sein, ich will für meine Kinder da sein. Und das bedeutet aber auch, dass ich meine Projekte verfolge und an meinen Zielen arbeite. Weil dann bin ich eine glückliche Frau und dann bin ich auch eine erfüllte Mutter. Also, was meine ich mit Mitgefühl und Verständnis? Was anderes. Ich meine mit Mitgefühl und Verständnis, dass du Verständnis für dein Gehirn haben darfst. Und ich sagte gerade schon, jedes menschliche Gehirn hat eine Negativ-Tendenz. Und wenn du das einfach weißt, wenn du einfach weißt, es ist ganz natürlich, dass mein Gehirn mir Zweifel schickt, dann hilft dir das. Und mir hilft es immer sehr, daran zu denken, in welcher Zeit mein Gehirn entstanden ist. Also evolutionär bedingt. Ich meine jetzt nicht so im Jahr 1983 oder so, sondern evolutionär bedingt. Und dass ich lerne, meine Gedanken dadurch nicht ganz ernst zu nehmen. Und übrigens, wenn ich jetzt von Negativ-Tendenz des Gehirns spreche, das betrifft sehr wohl auch positiv denkende Menschen. Es geht hier gerade nicht darum, ob du ein Pessimist oder ein Optimist bist, sondern es geht darum, dass du ein menschliches Gehirn hast und dass menschliche Gehirne immer die Tendenz haben, negativ zu denken. Weißt du was? Ich gebe dir ein Beispiel. Das ist so gut das Beispiel. Stell dir vor, du hältst einen Vortrag vor, sagen wir mal, 20 Menschen. Und danach teilst du Feedback-Bögen aus und fragst, wie fanden sie den Vortrag? War das für sie interessant? Wie fanden sie das Thema? Wie fanden sie meine Präsentation? Pipapo. So, und jetzt kriegst du diese Feedback-Bögen zurück und 19 von 20 Feedback sind super toll und sagen, ja, interessantes Thema, hat mich weitergebracht und vielen Dank für den Vortrag. Und einer schreibt dir zurück, war total langweilig, Stoff für mich nicht interessant, Vortragsweise könnte man auch verbessern, Note 3 vielleicht. An welches Feedback wirst du noch am nächsten Tag denken und immer weiter grübeln und es wird dich wurmen? Natürlich das negative Feedback. Du hast 19 super Feedbacks bekommen und woran denkst du an dieses eine blöde negative Feedback? Und das ist ein schönes Paradebeispiel für die Negativ-Tendenz unseres Gehirns. Wir fokussieren das Negative, wir fokussieren die Gefahr. So ist unser Gehirn einfach gestrickt. Und dafür darfst du mit Gefühl und Verständnis haben. Ja, also wenn du das nächste Mal zweifelst oder Bedenken hast, dann denk dir, ach ja, das ist wieder mein Gehirn. Ich beobachte meine Gedanken ganz achtsam. Ich nehme das wahr. Ich nehme diese Gedanken wahr. Ich nehme die Überforderung wahr. Und ich lasse mich davon nicht beirren. Und das war in meinem Fall an diesem besagten Montagmorgen auch so. Ich bin aufgewacht, ich hatte diese Panikstimme in mir und ich dachte, ach ja, okay, das ist jetzt also Panik. Das sind jetzt gerade panische Gedanken. Das sind Gedanken der Überforderung. Nehme ich wahr. Und ich gehe jetzt einfach mal den nächsten Schritt. Also ich habe gelernt, so einen gewissen Gleichmut gegenüber meinen Gedanken zu haben und nicht alles zu glauben. Denn wenn ich mich vor den Karren dieser Gedanken spannen lasse, dann hätte ich in dem Moment meinen wunderschönen Meditationskurs, mittlerweile 200 Seiten Script, einfach mal in den Papierkorb meines Computers geschoben. Und ohne Quatsch, mehr noch, ich hätte gesagt, ich gebe diesen ganzen Podcast auf. Ich gebe das auf, ich höre auf. Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe manchmal so Gedanken. Ich denke manchmal, ich höre auf, ich kann das nicht. Ich finde das einfach zu krass irgendwie alles. Ich habe so Gedanken. Und ich mache weiter. Keine Sorge, ich mache weiter. Okay. Und das ist auch mein dritter Schritt, den ich gehe. Ich gehe den Weg einfach weiter. Ich nehme diese Angst mit an die Hand und gehe mit der Angst den Weg weiter. Und dazu möchte ich dir jetzt eine Metapher geben, die dir hoffentlich hilfreich ist. Und zwar, du hast jetzt ein Ziel, ja? Und du willst dein Ziel erreichen. Und jetzt kommt ein Hindernis. Und das Hindernis macht dir Angst und du möchtest aufgeben. Das ist die Situation, ja? Nun stell dir mal folgendes Bild vor. Aber du willst mit deinem Auto an einen Zielort fahren, wo du noch nie warst. Machen wir es mal plastisch. Stell dir mal vor, du fährst zum ersten Mal in deinem Leben zu diesem neuen Restaurant in deiner Stadt, von dem alle erzählen. Und du hast auch richtig Lust drauf. Du freust dich drauf. Da ist eine Einweihungsparty. Deine Freunde kommen. Es wird super. Aber ja, du fährst da zum ersten Mal hin. Und du hast ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das ist. Also gibst du den Ort in dein Navi ein. Und jetzt fährst du los. Und jetzt kommt die erste rote Ampel. Stopp. Du musst anhalten. Was jetzt? Verfällst du jetzt in Panik? Denkst du jetzt, ah, eine rote Ampel. Es macht keinen Sinn mehr. Ich werde eh zu spät kommen. Ich fahre wieder nach Hause. Nein, natürlich nicht. Es ist so ein Quatsch. Das ist eine rote Ampel. Das bist du schon gewohnt, ehrlich gesagt. Ja, rote Ampeln gibt es. Du hältst an, legst den ersten Gang ein und wartest, bis grün wird. Also da ist noch nicht mal ein Zucken in dir, oder? So, und jetzt stell dir vor, Stufe 2. Es ist nicht die rote Ampel, sondern du verfährst dich. Denkst du jetzt, oh mein Gott, es hat keinen Sinn mehr. Ich habe mich verfahren. Ich fahre wieder nach Hause. Nein. Du versuchst es einfach neu. Du rechnest sogar damit, dass, naja, komm, du fährst den Weg zum ersten Mal. Wird es rote Ampeln geben? Du wirst dich verfahren? Vielleicht kalkulierst du extra mal ein bisschen mehr Zeit ein bei deinem ersten Mal, um dir eben auch den Raum dafür zu geben, dass du dich auf Hindernisse einstellst und dass du die meistern kannst und dass du dann immer noch ganz cool und gechillt bleibst. Und genauso ist es doch, wenn du ein Ziel in deinem Leben erreichen willst. Nur weil deine rote Ampel kommt, hörst du doch nicht auf. Nur weil du dich mal verfährst, fährst du doch nicht nach Hause. Und noch etwas, wenn du merkst, okay, es wird wirklich knapp mit der Zeit und ich werde hier hippelig, weil ich bin ein Mensch, der es hasst, zu spät zu kommen. Das ist irgendwie so meine Macke. Ja, ich werde da ganz hippelig, wenn ich spät dran bin und ich kenne mich einfach. Na gut, wenn du so ein Mensch bist, dann fährst du sogar noch mal zehn Minuten früher los als alle anderen, einfach weil du Lust hast, entspannt an deinen Zielort zu kommen, weil du kennst deine kleine Macke. Ja, also du kalkulierst dich und deine Bedürfnisse auch noch mit auf diesem Weg ein. Und dann kommst du an dein Ziel und freust dich auf deine Party und lässt dir doch den Spaß nicht entgehen. Also, und denke bitte das nächste Mal daran, wenn du dich auf einen Weg machst, wenn du ein Ziel erreichen willst, es wird rote Ampeln geben, es wird vielleicht auch mal eine Baustelle, eine Umleitung geben und vielleicht verfährst du dich auch mal. Und das ist alles total normal. Gib dir einfach auch ein bisschen Raum für diesen Weg, gib dir auch Zeit für den Weg, gib dir auch die Erlaubnis, dass du einen neuen Weg erstmal studieren darfst, also kennenlernen darfst. Gib doch diesen Perfektionsanspruch bitte auf, dass dir immer gleich alles im ersten Anlauf gelingen muss. Das ist doch Quatsch. Also, wenn du jetzt im Auto sitzt und irgendwo neu hinfährst, dann hast du auch kein Perfektionsdenken und denkst, also entweder, ich komme hier in einem Rutsch perfekt an mein Ziel und dann ist alles super und dann habe ich einen tollen Abend oder es ist alles Mist, schwarz-weiß denken, ich fahre wieder nach Hause. So würdest du im normalen Leben nie denken. Okay, und Schritt 4 ist, hab Spaß an deinem Weg. Also, um mal in dieser Metapher zu bleiben, freu dich auf die Party, der Weg. Du kannst den Weg genießen, du kannst dir dabei schöne Musik anmachen oder diesen Podcast hören und dann freust du dich auf das Restaurant und freust dich auf den Abend und es wird so ein toller Abend und selbst wenn du eine halbe Stunde zu spät kommst, wird es ein toller Abend. Du lässt dich nicht aufhalten, du freust dich und so darf es auch hier sein, wenn du dich auf deinen Weg zu deinem Ziel machst, wie wäre es denn, dass du schon den Weg genießt, dass der schon Teil des Abends ist. Sogar, ja, vielleicht ist für dich schon das Herrichten im Bad, das Schminken Teil der Freude. Vielleicht machst du dich schon da tolle Musik an und genießt schon das. Es geht doch nicht nur darum, dass du irgendwann im Restaurant bist, sondern es geht darum, dass du das große Ganze auch noch mitnimmst und daran auch Spaß hast. Also, freu dich an deinem Weg und selbst wenn da mal eine rote Ampel auftaucht, freu dich immer noch. Du kannst dabei ganz viel lernen. Oder wenn du eine Umleitung fahren musst, na gut, dann fährst du eine Umleitung. Ich wette, du wirst auch hier etwas lernen. Vielleicht siehst du neue Straßen in deiner Stadt und hier auf deinem Weg zum Traumkörper zum Beispiel, vielleicht lernst du etwas Neues über deinen Körper. Und das ist immer, immer eine Chance in dem Ganzen. Und auch das ist eine Erfahrung, die wir alle teilen. Ja, also ich sagte ja gerade, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber ich struggle hier immer noch ein bisschen mit meinem Knöchel, der darf immer noch heilen. Ich habe mir da ein paar Bänder gerissen und die Kapsel gerissen und ich kann keinen Sport machen. Und jetzt habe ich noch eine andere gesundheitliche Kondition dazu bekommen. Kondition, sagt man das? Also im Spanischen kann man das so sagen. Ich hoffe, im Deutschen auch. Und also eine Kondition. Okay, du weißt, was ich meine. Also bin gesundheitlich nicht ganz in Hochform und ich darf auch noch ein paar Wochen pausieren, bis ich wieder Sport machen darf. Und ich frage mich jetzt, okay, wo ist das Gute in dem Ganzen? Und das Gute in dem Ganzen ist ohne Quatsch mein Meditationskurs. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Na schön, dann gebe ich dir Gas. Und dann sehe ich, was ich sonst noch für schöne Dinge in meinem Leben habe und was ich genießen kann. Ja, also an Hindernissen ist immer etwas, woran du wachsen kannst und woran du auch Freude haben kannst. So, und mein fünfter Schritt ist noch, hol dir Unterstützung. Kommen wir zurück zum Beispiel mit dem Restaurant. Also du holst dir auch Unterstützung. Du schaltest dein Navi ein und lässt dich ein bisschen führen auf deinem Weg. Und wenn du ein anderes Ziel in deinem Leben erreichen möchtest, dann kannst du dir hier sehr gerne Unterstützung holen. höre auf, mit diesem bescheuerten Anspruch, alles selbst schaffen zu müssen. Ich meine, warum? Warum? Also ich habe, wenn ich Auto fahre, auch nicht den Anspruch, dass ich unbedingt den Weg alleine finden muss, weil wenn ich es nicht alleine schaffe, dann ist es nichts wert. Also das ist ja Schwachsinn. Natürlich hole ich mir Unterstützung. Und schöner Nebeneffekt, es macht viel mehr Spaß. Du kommst schneller an dein Ziel. Du lachst mehr dabei. Du machst mehr Lernerfahrungen dabei. Du bist beglückter dabei. Es ist einfach toll. Also wenn du wirklich, wirklich ein Ziel erreichen willst, dann gönn dir das. Dann hol dir Unterstützung. So, das waren meine fünf Punkte, die mir persönlich helfen, wenn ich auf eine Hürde stoße. Und ich hoffe, dass sie dich auch inspirieren und ich wiederhole sie nochmal. Der erste Punkt ist, wenn du ein Ziel erreichen willst, dann rechne damit, dass du Ängste und Zweifel haben wirst. Das ist Teil des Weges. Hat jeder. Habe ich auch. Ich glaube, ich habe genug Beispiele gegeben. Der zweite Schritt ist, habe Mitgefühl und Verständnis und zwar für dein Gehirn. Liebes Gehirn. Ich beobachte die Gedanken. Ich nehme das wahr. Ich habe Verständnis dafür. Ich weiß, du willst mich beschützen. Und ich gehe jetzt trotzdem meinen Weg. Der dritte Punkt ist, du gehst trotzdem deinen Weg. Du gehst den Weg einfach weiter. Ja, denk daran, es ist wie, wenn du Auto fährst. Ja, da kommen rote Ampeln. So what? Ja, da kommt eine Umleitung. So what? Davon lässt du dich doch auch nicht schrecken. Warum lässt du dich dann bei deinen anderen Zielen, die noch viel wichtiger sind als dieser blöde Restaurantbesuch im Vergleich, warum lässt du dich da so schrecken? Lass dich nicht schrecken. Chill. Geh den Weg einfach weiter. Und der vierte Punkt ist, hab Spaß an deinem Weg. Freu dich daran. Du bist auf einer Reise. Genieß deine Reise. Mit allen Kurven, mit allen Hürden, mit allem mal hinfallen. Teil des Prozesses. Und es wird toll, es wird sich lohnen, ans Ziel zu kommen. Der Weg selbst lohnt sich aber auch und ist auch schön. Und der fünfte Punkt ist, hol dir ruhig Unterstützung. Du musst nicht alles alleine schaffen. So, mit diesen fünf Punkten lasse ich dich für heute. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bin ich sicher, wird dir auch mein Buch gefallen, Achtsam Schlank. Das ist ein Sechs-Wochen-Programm, was dir zeigt, wie du deine Ernährung umstellen kannst und wie du auch ein bisschen mehr in dieses bestärkte Denken kommst, wie du zum Beispiel auch deine Gedanken gechillter beobachten kannst. Und das gibt es überall im Buchhandel. Und wenn dich der Meditationskurs interessiert, ich wollte den heute eigentlich gar nicht anteasern, aber jetzt habe ich es gemacht. Also dann sage ich dir einfach mal, wenn du mir auf Instagram folgst oder Facebook folgst, dann wirst du das schon mitkriegen, wenn der rauskommt. Und ich werde mir sicherlich für die erste Runde was einfallen lassen, also dass es sich auch lohnt, gleich bei der ersten Runde dabei zu sein. Und wenn du nicht bei Instagram und Facebook bist, kannst du auch einfach in meinen Newsletter kommen. Geh einfach mal auf meine Website achtsamschlank.de und da kannst du dich in meinem Newsletter anmelden. Keine Sorge, ich spamme dich da nicht zu. Das ist gerade eher das Gegenteil. Der Fall, gebe ich zu. Ich schreibe echt selten Newsletter. Sorry, ihr Lieben. Ich komme da nicht dazu. Ihr wisst schon, ich bin Mutter. Ich habe so viele Projekte. Kleiner Scherz am Rande. Also nein, du wirst da nicht zugespammt, aber wenn es mal eine wichtige Info gibt, dann bekommst du auf jeden Fall Bescheid. Ist natürlich wichtig, dass ich da nicht in deinem Spam-Ordner lande. Also melde dich gern für den Newsletter an und gucke dann aber auch, dass du meine Adresse zu deinen Kontakten hinzufügst. Und dann wirst du auf jeden Fall informiert. Wenn es mal wieder ein Programm mit mir gibt oder ein Workshop oder ich mir einfach was für euch einfallen lasse, da werde ich euch dann schon informieren. So, ich wünsche dir jetzt alles Gute für deinen Weg. Genieß ihn. Und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea